hallo und herzlich willkommen bei RedDogCampbell. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach ein Digit und heute habe ich das Spiel Zero City. Ich werde das Spiel mal starten. Ach das läuft schon. Das weg, das weg, das weg und voll mit rein. So, da sind wir wieder. So, das wird jetzt auch das letzte Video sein, was ich am Wochenende immer machen werde. Fürs erste. Also sprich, ich werde nur noch von Montag bis Freitag ein Video machen. Am Wochenende. So, tut mir leid, ich habe gerade die Quests mit die Werbung alle fertig gemacht. Okay, wo war ich stehen geblieben? Also, das wird wahrscheinlich erst mal mein letztes Video am Wochenende sein. Aber von Montag bis Freitag will ich weiterhin dieses Format machen mit Digit nach den Digit Digit Digit. Hm, vielleicht kommt am Wochenende später ein anderes Format oder Minecraft werde ich vielleicht spielen. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall erst mal gar nichts am Wochenende. Äh, gut. Schauen wir mal hier weiter nach die Queste im Bahnhof-Raubzug. Bestätigen. Kostenlos. Bestätigen. Kampf. Bestätigen. Kampf. Abends. Ich habe es da jetzt im Hussein. Mit dem. Ich bin gekonnt. Hier kommt sofort weg. wir fahren mit dem schlechtesten oder mit dem schwächsten in den kampf eine stärke von 500 Demo ist weg Kaua und Kaua macht jetzt Aua Kaua hat Aua Aua Kaua 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 Super. Okay, wo auch kaum geht das? Ich weiß nicht, wie er hier ist. Ich habe ein Miner Stone. Jetzt sind sie ein bisschen stärker, meine Leute. Wir feuern die Raketen ab. Das ist das Schutzschild. Gleich mache ich meine noch mal stärker. Du bist auf 40 runter. Die letzten zwei Kämpfe. Ich habe noch einen Kämpfer. Der letzte. Und das ist auch der letzte Kampf. Frau von Liter. Schutzschild. Stärke machen. Und Raketen. Geschafft. Geschafft. Belohnung abholen. Schauen wir mal hier, was habe ich denn hier? Ja. Belohnung abholen. Das ist das, was ich gerade gewonnen habe. Schön. Oh. 5 neue gekriegt. Das ist doch nice. Die Quest haben abgeschlossen. Jetzt werden wir erstmal. Ich würde lieber Dinge machen. Rückreihen erhöhen. Oder wir machen die Kasernen. Dann haben wir sechs Leute danach. Trainingsraum, Kaverne, Wohnzimmer. Kriege ich mehr Leute? Oder den erweitern. Dann kann ich wahrscheinlich das letzte bauen. Hm. Ja. Das letzte. Ausbildung. Ich weiß es nicht. Kann sein, wenn wir uns mal Chemieforschungslabor alle ernst hatten. Ne. Die ist eigentlich unwichtig. Ausrüstung, Waffen, Krankenhaus. Oh. Das geht gar nicht. Zu wenig Holz. Zu wenig Stahl. Kann ich lagern. Oder habe ich noch etwas, was ich bauen kann? Ich glaube nicht. Ich glaube ich habe alles. Da kann ich nichts bauen, nichts bauen, nichts bauen. Also ich habe alles da, was ich bauen kann. Und dann? Und dann? Da. Bevor ich das habe. Die Hockerei ist sehr wichtig. Das ist mit das Wichtigste. Ich habe ihn einfach. Gut. 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 Ja. Okay. Ist er da schon mal ein Bauen. Die Druckerei. Äh. Arena Kämpfe. Bestätigen. Kann ich vielleicht was kaufen. 16.989. Was ist das hier? Ja. 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 Das geht eigentlich. 75. Warte mal. Kann ich doch gar nicht tragen. was ist das? Ja. 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 nicht tragen. Ah lille wie 70. Ah, das ist auch ne Quest. Alles holen. Holen. Chicken, chicken, chicken. Und die auch verschicken. Freunde, Freunde was verschicken. Habe ich gemacht. Super. Das war Kabay, Schatzsuche. Und... Wegepunkt hier. Okay, das... Valianzkrieg. Ist einer online aus meiner Gilde. Ich würde sagen eher nein. Besten Gilde, Freunde, Top Spieler. Ah, ich bin Platz 3 in der Gilde. 19 Leute da. Ja, also die Quest kann ich schon mal vergessen. Seite an Seite. Bunker. Busy im Bunker. Ah, das wird glaube ich auch eher schwer. Teilnehmend. Teilnehmend. Also ganz, Freunde, zufällig. Teilnehmend. 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 Passiert auch nichts. Den Laden anschauen, was ist für Krieger, für hier, wie ist denn die Chemie und für Infanterie, äh Infanterie ist ja alles, für Scharfschützen, Scharfschützen, Schützen, oh wieso. Jetzt suche ich da, hier suche ich, hier suche ich, hm, muss ich mal rum drauf achten, oh ja, dann haben wir noch PVP, lass den mal machen, schauen wir mal, oh der ist stark, 1800, 800, oieieieie, ah, den noch, du kannst sofort angreifen. Okay, und das war Nummer 1. Ich muss 5 besiegen. Das war die Nummer 1. Ja, schauen wir den anderen noch da an. Ne, 1000. Oh, den immer. Sieht doch viel cooler aus, der jetzt nicht gleich stirbt. Ach, der General, der hat doch gar keinen, äh, Helden. Das heißt, er war schon sehr lange nicht mal online. 400, dann nehmen wir den auch noch. Ach, der hat gar keinen Nahkämpfer. Revolverhead und Chemiker. Ach, jetzt habe ich's. Nahkämpfer, Revolverhead, Chemiker. Ach, jetzt habe ich's. Nahkämpfer, Revolverhead, Chemiker. Super. Nummer 4 war das jetzt, ne. Ach, der sucht immer noch. Ach, drüber auch, direkt angreifen. Brauchen wir uns nicht angucken, da ist sofort Platz. Ach, das war's. Super. das waren die fünf pvp kämpfe jetzt habe ich noch da ist leider jetzt nichts unterwegs an zombies kann ich aber auch spaß probieren hier weiter zu kommen na egal probier mal so 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 Oh, das sieht gut aus. Oh, nice. Ich hab noch mal. Ich bin weitergekommen. Oh, nice, nice, nice. So ein Mist. Gleich ist alles voll bei mir. Was mach ich denn? Nein. Okay. 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 Und Holz. Probieren wir den Kampf. Okay, das dauert jetzt länger. Jetzt muss ich ihn einheilen. Das Krankenhaus schicken. Sucht immer noch. Das ins Krankenhaus. Durch Gewahrweint. Durchsindertsgewicht. Okay, die kann ich nicht erfüllen. Obwohl ich mich nicht holen. Ist aber so. Nichts kann ich bauen. Was ist das, ein Bunker? Ja, das sucht auch noch. Oh, es geht los. Erstmal setzen wir hier. Ich kann ja vier entkrankten aussetzen. Diese drei rein. Hier war es so PvP rein. Boah, 2700. 2.700. 2.700. Wichtig ist, wenn du die geheilt hast, musst du sie auch wieder nach Kaserne zurückschicken. Weil das sind auch die Leute, die deine Basis verteidigen. Das ist ein Bunker. Super, super, drei Stücke, ich war schon für eine Phase, sind dabei. Okay, gehen wir mal rein, 1,8 Millionen, eieieiei. Hm, hm. Hm. Jetzt schauen wir mal im Bunker, war da was? Nee, im Bunker war noch nichts. Dann machen wir hier den nächsten Angriff. Ah, 1,8 Millionen. Einen Schwerverletzter, da muss er auf jeden Fall rein. Wir haben nur einen Kratzer. Die brauche ich nicht in den Kratzer ausschicken, die heilen sich gleich automatisch, ganz schnell. Aber eine Idee, oder was heißt eine Idee? Ich kann ja mal gucken. Hat der auch, der hat nichts. Hm. Genau was wollte ich wissen. Der ist Level 70. Also. Oh, es geht viel weiter hier. Oh, der schwächert sich. Aber, ob ich gegen den Kratzer gewinnen kann, ist dann nicht so schlimm. Ist ein Schuhgeschlecht. Oh, da sieht sehr gut aus. zack 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 ja ich habe 111 punkte wahrscheinlich auch die einzigsten in dieser arena wie sieht der aus so dass wir den auch zurück und wir setzen den kampf schaff ich Ja, ich glaube, das ist wieder zugebracht. Ich habe gerade Sachen gekriegt, da muss ich mir gleich meine Leute noch mal genauer anschauen. Okay. Ich glaube danach noch ein Kampf war das, ne? Ach, je nachdem. 1, 2, 3, 4... Mann, Mann. Was? Nein! Na gut, da ist es auch schon in Gleichheit. 85 kann ich nicht tragen. Das könnte ich tragen. Ich habe davon was Neues gegeben. 65. Der ist besser. Der ist besser. Den habe ich bekommen. Das ist gut. Der letzte Kampf. Da ist er. Und bin ich gegen den oder nicht? Ich denke ja, weniger. Der ist besser. Der letzte Kampf. oder Geld, Dollar, wie auch immer, aber keine Materialien und für das nächste Bauwerk Ich brauche 1300 Stahl Mindestens 1300 Stahl Dann habe ich Säge weg, Schimmi, Speisesaal, Regießerei, ich glaube danach ist die Regießerei noch wichtig Hm, jetzt habe ich so viel Gold Gut, dann gehen wir nochmal hier rein und werden uns was kaufen Ach, der geht 75 Scheiße Miestens 90, 100 Das ist alles so stark für mich 90 Auch so stark Ich kann höchstens Sachen mit 70 gebrauchen Naja Keine grauen Sachen Aber seltene Sachen Oh, ganz viel 1 2 2 3 Ok Oh, das wird wieder ein bisschen knapp 1 5 5 6 6 6 7 6 7 7 7 6 7 7 8 7 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 11 8 9 10 10 11 14 14 15 15 Aber ich bin stärker als er. Fertig. Das Generalzeichen ist ja eher der Amt Führer. Was? Ich habe hier noch ein Kaukrad am Laufen. Finde ich natürlich nice. Oh, bei mir war einer gestorben. Fertig. Oh. Dann probieren wir das so. Mit Heiler und... ...wiederbeleben. Zum Wiederbeleben. Das ist natürlich gut. Hm, das ist natürlich gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alle platschinizi? Ja. Nach den Hölle? Ja. Okay. Ah, der ist bestimmt offline gegangen. Und Kampf. Ja. Ja, war klar. 14% geschafft. Mein Gott. Das kaufen kann ich ja leider nicht. Nein, das ist einfach 90. Oder 75, besser gesagt. Und ich habe kein 5 Sterne. Bewohner. Ärgerlich, ärgerlich. Der hat sich doch krass schon mal gehabt. Der hat sich doch krass schon mal gehabt. Der hat sich doch krass schon mal gehabt. Ja! Ich habe aber weggeschossen. Ne, hier sind die Kisten. Ich öffne mal ein paar Kisten. Verbliebene Zeit, ok. Schnell nach PvP rein. Ach, 2 Millionen. 2 Millionen. 2 Millionen. 3gu ils zu zeigen. 3... 3... 3... Weil ich jetzt nur hier die Arena sende und dann würde ich sagen dann war es das für heute. Wie stark war der Gegner? Nicht viel stärker als ich. 900. Ausbilden. Ich mache hier mal bei meinen Charakteren eine Zahl, damit ich weiß wie viele Sterne die haben. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 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 2 Sterne. Vielleicht kann man das nicht merken, es sind 40 Charaktere. Und die 3 haben aber einen Stern. Bis zum nächsten. Das sieht auch cool aus. Immer nackig gemacht. Schweinerei. Noch ein Kampf. Vielleicht kann ich am Bunker noch mal einkaufen gehen. Verladen. Ich gehe hier drauf. Bei 10.000 tue ich mir die erst. Von 500. Ne, findet wir ja das gleich. Ich habe 350. 80. 500. Ich habe 350. noch viele Sachen herstellen brauche ich auch nix so ne da war noch gar nicht dran heute ich greife mal die an mit denen mit den Kisten oh ich bin nicht so schnell na bin da da sind 4 Welle noch dauert auch so lange auch noch Welle 3 und die Welle 4 mal 20 Sekunden mal 20 Sekunden ich muss ein Auto machen damit ich Punkte kriege 20 Sekunden tsch 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 schnell schnell ok Angriff in den letzten 10 Sekunden noch einen Angriff gemacht auch wenn ich verloren habe ich kriege aber 25 Punkte 5 Punkte 25 oder 10 ah 5 Punkte nur jetzt habe ich insgesamt 25 und gut 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 und 60 Punkte einmal war das alles Wir können doch mal schnell den Tunnel machen, die ganzen Kisten und da ist nur eine Angriff, kein Problem. Wenn ich von oben runter kämpfe, ist es vielleicht ein bisschen besser. Drei, die Kisten! Okay. Geh mal nach ganz oben. Platz 39 war ich glaube ich. 39. Dann mache ich Angriff auf 34. Super. Hör rein. Lass mich mal. Jetzt habe ich mich schon verändert. Ich muss gleich mal nach gucken. Die alte Frau. Juhu. So, das war jetzt die 34 gewesen. Da war noch eine Kiste. So. 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 Das wäre der letzte gewesen. Danach wäre dann 13. Den habe ich gerade schon. Gut, dann aber jetzt. Oh ne, warte mal. Ich habe ja noch was. Ich habe ja noch ein paar Kisten. Öffnen. Weiter. Okay. Schließen. Wie gesagt, ich soll keine Kisten mehr öffnen. Öffnen wegen meiner Ressourcen. 20 war das jetzt. So, die letzte Kiste. So. 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 gut, dann habe ich das jetzt auch gemacht, dann würde ich mal sagen das war es für heute kann man da einkaufen, laden, geht das nur 40 Minuten, ah ne da war immer Video angucken zufällige Bewohner kaufen, ja kann ich nicht machen, das wäre cool wenn man hier mit einem Bewohner aufladen könnte 3 bis 5 Sterne ja, na gut, ich würde mal sagen das war es für heute, ich habe mein Ticket abholen, gut, bestätigen ja, das war es dann, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid, bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen, tschau tschau ihr